Du möchtest Fernzugriff auf die grafische Oberfläche deines Raspberry Pis von einem anderen Computer aus? Das funktioniert zum Beispiel mit der Remote Desktop Verbindung, kurz RDP von Windows, aber es gibt auch quelloffene Alternativen, nämlich VNC. Wie du mit VNC diesen Fernzugriff auf dein Raspberry Pi einrichten kannst, das möchte ich dir in folgendem Video zeigen und damit herzlich willkommen zu ULabs. Bevor wir beginnen, kurz ein Blick darauf, was VNC denn eigentlich ist. VNC steht für Virtual Network Computing und ist ein Protokoll, das zum einen den Bildschirminhalt auf einen entfernten Computer anzeigen kann, das Ganze wird über das Netzwerk übertragen, aber auch eben die Eingaben, wie zum Beispiel Tastatureingaben, Mausklicks, wieder zurück an das Gerät senden kann. Dadurch lässt sich die grafische Oberfläche über das Netzwerk fernsteuern und man braucht eben kein Anzeigegerät am Pi in diesem Beispiel selber. Das Ganze ist aber nicht auf den Raspberry Pi beschränkt, sondern das kann man auch mit jedem anderen Computer machen. Es ist damit eine Alternative zu SSH, wenn man die grafische Desktop-Umgebung benötigt. Denn für Serverdienste, da braucht man die meistens nicht, da genügt SSH, aber wenn man eben zum Beispiel auf der Desktop-Umgebung etwas entwickeln möchte, eine grafische Anwendung, dann ist das eine sinnvolle Möglichkeit, dass man hier direkt auf dem Pi arbeiten kann, und zwar von seinem Haupt-PC aus, ohne dass man eben hier direkt an den Pi, Bildschirm, Tastatur und Maus anschließt und immer zwischen zwei Geräten hin und her wechseln muss. Bei VNC ist es flexibel möglich, zwischen seinem Haupt-PC und dem Pi zu wechseln oder eben auch zwischen anderen Geräten, wenn du mehrere besitzt. Als Voraussetzung brauchst du entweder die Raspberry Pi OS Desktop-Edition, sprich hier beim Imager wäre das Desktop, oder aber auch hier die komplett vollständige, da sind noch mehr Programme mit dabei, beides funktioniert. Oder aber du installierst die grafische Desktop-Umgebung nach, das geht auch, wenn du dich anfangs für die minimale Edition entschieden hast, bei der keine grafische Oberfläche mitkommt. Wie das geht, das habe ich hier schon mal in einem separaten Beitrag gezeigt, das verlinke ich euch oben. Das Aktivieren ist relativ einfach, da VNC-Unterstützung in Raspberry Pi integriert ist. Ich bin jetzt hier per SSH auf einem Raspberry Pi mit der aktuellen Version 11 Bullseye drauf und rufe hier jetzt einmal mit sudo-respi-config die Konfiguration auf, dann navigieren wir einmal nach drei Interface Options und anschließend hier gibt es schon den Eintrag VNC unter I3, da können wir das hier aktivieren, einmal Yes bestätigen, jetzt wird das hier entsprechend eingerichtet. Nach kurzer Zeit sollte dann diese Meldung erscheinen, dann ist das soweit abgeschlossen, können wir bestätigen und hier mit Finish das Menü verlassen. Ein Neustart vom kompletten Raspberry Pi wird empfohlen, allerdings klappt es in meinen Tests bei den neueren Versionen auch ohne Neustart. Im Zweifel einfach kurz neu starten, das vermeidet mögliche Probleme. Auf eurem Arbeits-PC, von dem aus ihr den Pi fernsteuern möchtet, braucht ihr nur noch einen sogenannten VNC-Client, der kann sich dann mit dem Pi verbinden. Es gibt hier verschiedene, ein Beispiel ist VNC-Connect, den kann man als Freeware hier herunterladen, gibt es auch für verschiedene Plattformen, hier zum Beispiel jetzt für Windows, lädt man sich den herunter und installiert den wie jede andere Anwendung auch, dann kann man sich dort eben mit dem Pi verbinden. Hier sei aber noch dazu gesagt, das ist eine von vielen Möglichkeiten, ihr könnt auch andere Clients verwenden, auch unter anderen Betriebssystemen, ich habe es ja anfangs mit Linux kurz demonstriert, das funktioniert auch, allerdings müsst ihr bedenken, es gibt hier den Standard und manche Clients und manche Server implementieren noch Funktionen, die über den Standard hinausgehen. Hier kann es sein, dass ihr entsprechend euren Server umändern müsst, dass hier ein Standard genutzt wird, das habe ich im Portalbeitrag gezeigt, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schauen wir es uns mit dem VNC-Viewer, den ich gerade gezeigt habe, mal kurz an. Wir versuchen euch leider hier zu einem Account zu drängen, aber das müsst ihr nicht, das gibt hier unten so eine kleine Option, ohne sich anzumelden, das zu nutzen. Auch hier den Datenabfluss, den könnt ihr abschalten und das hier jetzt ganz normal nutzen. Um jetzt hier eine neue Verbindung anzulegen, einmal hier ein Rechtsklick, neue Verbindung, gibt hier jetzt die IP-Adresse oder den Hostname von einem Raspberry Pi ein, bei mir heißt er jetzt nur Pi und das reicht im Grunde schon, wenn wir jetzt mal OK drücken, ist hier eine Verbindung angelegt, wir machen hier einen Doppelklick, müssen jetzt hier einmal kurz diese Warnmeldung bestätigen, weil er eben diesen Server nicht kennt, fortsetzen, geben jetzt hier den Benutzername an, Wichtig, im Standard ist das ein Linux-Benutzer, ihr könnt aber auch auf die VNC-Identifizierung wechseln, dann hat der eigene Accounts. Auch dazu mehr in meinem Portalartikel, wer das genauer wissen möchte. Und schon sehen wir hier den grafischen Desktop, können uns jetzt hier gegebenenfalls nochmal anmelden und das System entsprechend nutzen. Wenn das Ganze pixelig aussieht, dann passt wahrscheinlich die Auflösung nicht und der Client skaliert, das kann man in der Raspberry Config beheben. Und zwar gehen wir hier zu Punkt 2, Display Options, D5, VNC Resolution, also die Auflösung. Da können wir jetzt entsprechend hier einstellen, was wir möchten, zum Beispiel hier Full HD. Wenn ihr Bullseye nutzt und sich eure VNC-Verbindung zäh anfühlt, wenn kein Bildschirm am Pi angeschlossen ist, also das Ganze headless läuft, aber trotzdem eine Desktop-Umgebung drauf installiert ist, dann seid ihr wahrscheinlich von diesem Bug hier betroffen. Da gibt es aktuell nur einen Workaround für. Um den zu aktivieren, öffnet einmal mit einem Textditor eurer Wahl. Ich nehme jetzt hier vim.die slash boot slash config txt Datei. Dort fügt ihr drei Direktiven ein, nämlich hier einmal HDMI Force Hotplug, HDMI Group 2 und HDMI Mode 82. 82 steht hierbei für die Auflösung. Diese Modes, die kann man in der Doku auch nachlesen. Der Link dazu ist im Portalartikel, hier zum Beispiel, wenn wir jetzt hier mal runter gucken, die 82, das wäre hier Full HD mit 60 Hertz. Könnte man hier jetzt auch andere Auflösungen nehmen, wenn man das möchte. Zusätzlich müssen wir im Device Tree ein Modul deaktivieren, und zwar hier diesen Treiber, der ist relativ neu. Der macht hier uns noch Probleme, den einfach mit einer Raute am Anfang auskommentieren, dann sind wir auch schon fertig. Nach einem Neustart soll das Ganze dann deutlich besser laufen. Ihr seht, VNC ist eine offene Alternative zu RDP. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich wünsche euch wie immer viel Erfolg bei euren Projekten. Ihr könnt gerne eure Meinung zu uns ins Forum in den Dread posten oder aber auch in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.